Herzlich Willkommen! Die Firma Baumdienst Franke GmbH ist seit über 20 Jahren in den Bereichen der Baumfällung und Baumpflege tätig. Durch unseren leistungsfähigen Fuhrpark, unser technisches Know-how und geschultes Fachpersonal mit langjähriger Berufserfahrung können wir ihre Aufträge schnell und kostengünstig bearbeiten. Durch den Einsatz unserer eigenen Arbeitsbühnen bis zu einer Höhe von 35 Metern können wir fast jeden Baum erreichen. Für schwer zugängliches Gelände haben wir auch Spezialarbeitsbühnen auf Kettenfahrwerk oder elektrische Bühnen mit geringer Durchfahrtsbreite. An schwer zugänglichen oder verbauten Bäumen arbeiten wir auch mit Autokränen, um das Risiko eines Schadens zu minimieren und um Kosten zu senken. Nach der Baumfällung bleibt der Baumstumpf im Boden, der beim Rasenmähen oder bei der Neupflanzung stört. Mit einer Stubbenfräse können wir den Stumpf problemlos entfernen. Unsere Stubbenfräse hat eine Durchfahrtsbreite von nur 89 Zentimetern und kann damit durch jedes Gartentor. Die Frässpäne können dann zum Abdecken ihrer Pflanzflächen verwendet werden oder wir nehmen sie mit. Durch die Verwendung unserer verschiedenen Häcksler können wir die anfallenden Äste und Stämme bis zu einer Stärke von ca. 30 Zentimetern direkt bei ihnen vor Ort häckseln. Für eine umweltgerechte Entsorgung der Baumstämme arbeiten wir mit entsprechenden Entsorgern auf diesem Gebiet zusammen. Unsere Leistungen im Überblick. Baumfällung, Problembaumfällung, Baumsanierung, Erhaltung und Pflege, Baumpflege an Alt- und Jungbäumen, Kronensicherung und Stabilisierung, Baumstubenfräsen, umweltgerechte Entsorgung, kostenlose Angebotserstellung, 24 Stunden Rufbereitschaft auch an Sonn- und Feiertagen. Gern besuchen wir sie vor Ort und unterbreiten ihnen ein kostenloses Angebot.